So, jetzt wollen wir rechts abbiegen und danach links abbiegen. Und danach links. Sofort im linken Fahrstreifen einordnen. Und jetzt sagt der Prüfer, wir wollen links Richtung BAB abbiegen. Jetzt gucken wir, wo BAB ist und dann müssen wir uns da einordnen. Da sehen wir schon auf dem Boden, es ist auf der linken Seite. Genau. So, dann biegen wir jetzt links ab und danach nochmal links ab. So, wir sehen schon, hier sind zwei Fahrstreifen. Wir sind im linken Fahrstreifen. Wenn wir gleich abbiegen, dann müssen wir uns auch im linken Fahrstreifen einordnen. Dann links abbiegen und wieder links, wie gesagt. Links einordnen, genau. So, das sind auch wieder zwei Fahrstreifen. Wieder beim links abbiegen, muss man nochmal im linken Fahrstreifen bleiben. Nur das heißt, engen Bogen nehmen. Nicht zu engen Bogen. Genau. Jetzt sind wir schon in unserem Fahrstreifen. Jetzt sind wir schon in unserem Fahrstreifen.